Mein Ursprung liegt irgendwo in den Tiefen dieser Erde und meine Geschichte begann vor Milliarden von Jahren, als ich im flammenden Feuer erschaffen wurde. Ich habe euch geholfen, zu überleben im Wandel der Zeiten. Ich habe eure Art zu arbeiten verändert und ich habe euer Leben verändert. Ich gehöre zu den großartigsten Erfindungen der Menschheit. Ich habe euch erlaubt, eure Grenzen zu erweitern, das Land zu erobern, das Wasser, den Himmel und sogar das Universum. Über die Jahrhunderte hinweg wurde ich wiedergeboren, wieder und wieder. Ich bin bekannt für Stabilität und Stärke. Meine Masse wird gemessen in Millionen von Tonnen. Aber meine Güte definiert sich in Millionen von Zoll. Ich habe die Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft verschoben. Ich habe euch inspiriert, eure Visionen zu leben und neue Höhen zu erreichen. Sobald ich wieder dort bin, wo ich herkam, kann ich einfach alles werden, was ihr euch vorstellen könnt. Ich bin vielfältiger als jemals zuvor. Ich bin immer bei euch. Ich beschütze euch und leite euch. Ich bin überall auf der ganzen Welt. Wo immer ihr hingeht, ich bin überall und werde es immer sein. Ich bin der Motor der Innovation. Ich bin der Puls der modernen Welt. Und ihr, ihr baut eure Zukunft auf mir. Denn ich bin Stahl. Der Werkstoff des Lebens. Holzbdom URL www.fsm.de